Hallo zusammen, ich habe wieder eine Liontron Batterie hier. Wir packen dies aus und zwar ist das eine 10 Amperestunden Batterie, also ich sage mal die kleinste aus der ganzen Familie, also zugepackt. Beschriftet ist der Karton hier mit einer E1 Nummer und hier auf dieser Seite Liontron Lithium Batterie eingepackt. Folie, Standard wie bei Liontron so üblich. Und sie kommt raus, also überall rundherum Picobello eingepackt. Was ich hier jetzt nicht drin habe, was ich bei den Großen immer drin habe, ist eine Deklaration, CE-Erklärung und so weiter. Das habe ich jetzt hier bei dieser Liontron Batterie nicht drin. Wir packen die ganz aus, also hier normalerweise mit dem Rumpo hier eingepackt. Hier oben mit dem Löwen drauf, plus, minus. Ich weiß nicht, ob ich die lösen kann. Ja, hier oben haben wir zwei Schraubeanschlüsse. Das ist M6 mit einer Unterlagsscheibe und einem Federring. Auf der Minusseite das Gleiche. Gemäss Datenblatt oder Preisliste, die verlinke ich euch unten, habe ich Abmessungen von 881, das kommt hin, 76 Breite, ja, knapp, ich hätte jetzt gesagt 77, und eine Höhe ohne Anschlüsse von 95, gemäss Datenblatt und Real. Aber ich muss hier noch die Anschlüsse mitrechnen und dann bin ich mit den Anschlüssen hier, ich sage mal, rund ein Zentimeter, noch ein Kabel drunter, höher. Also hier können wir, Höhe mit den Anschlüssen ist dann 105. Ja, sonst, aufgeschraubt kann sie werden. Sonst kann ich euch zu dieser Batterie nicht groß sagen. Wir haben die Batterie nicht am Lager. Aus dem Grund, weil wir denken, dass diese Batterie in unserem Segment, sprich Caravan, Boot, Alphütten, Solar, Maschinen, autonomen Transportbehälter eigentlich kein Riesenbedarf ist. Wir haben sie auf der Preisliste drin. Ihr könnt die bei uns bestellen. In der Regel geht das um eine gute Woche, bis wir die von Leihendon kriegen. Ja, mehr kann ich zu der Batterie nicht sagen. Preislich 107, Schweizer Franken bzw. Euro, bzw. wir verkaufen sie nur in der Schweiz, also 107 Schweizer Franken. Das soll es gewesen sein. Ich mache euch hier einen Link über eine Untersitzbatterie beim Einbauen. Und ihr wisst, wir haben eigene Batterien, aber nicht so klein, ein kleines Sortiment. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.